Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, der am 12. Juli 2022, ihr hört die Geek Talk Daily, 1223. Ich habe gerade heute Nacht 40 weitere Episoden vorab eingepflegt, also nicht die Episoden selber, aber das Konstrukt dazu. Somit könnt ihr ziemlich genau damit rechnen, dass mindestens noch 40 Episoden kommen werden, denn so eine Vorarbeit ist schon mal ein grosses Ding, das das Ganze erleichtert. So viel mal wieder einen kleinen Zwischenspruch. Aber dazu bald mal mehr. Jetzt, heute und sofort geht es um eBay-Kleinanzeigen, Apple Maps, nochmals Apple Maps, um Acara, um Tesla, um Oppo, um OnePlus, um 5G-Patente, um Calibre 6 und zu guter Letzt noch um Apple-Karten. Und ja, das ist das Gleiche wie Apple Maps, aber es ist ein anderes Thema. Ich starte mit den eBay-Kleinanzeigen. Hattet ihr das noch im Kopf, dass die gar nicht mehr zu eBay gehören? Gut, betrifft uns hier in der Schweiz nicht viel, oder zumindest glaube ich das nicht, dass es ein Schweizer Pondon dazu gibt, also ein Ableger davon. Auf jeden Fall in Deutschland und von meinen Mit-Podcastern, dem Achim und vor allem dem Mike, höre ich immer wieder mal dieses eBay-Kleinanzeigen. wurde im Jahre 2020, genauer gesagt im Juli, also jetzt vor zwei Jahren, verkauft an ein norwegisches Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht gerade im Kopf habe. Advent, irgendwas mit, ich dachte was wie Advent, aber ja, genau. Das wurde verkauft und sie hatten die Nutzungsrechte des Namens aushandeln können, bis und mit 2024, so dass sie einen fliessenen Übergang machen konnten. Denn dieses norwegische Unternehmen hat in verschiedenen Ländern verschiedene Plattformen für ebenso kleine Ramschwaren, Secondhand-Geschichten etc. Und da möchte man das Ganze integrieren und oder doch nicht das aktuelle Gerücht zumindest besagt, dass das Ganze in Zukunft kleinanzeigen.de heissen könnte. Somit würdest du den Namen einfach behalten, ohne das eBay vorne dran. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickeln wird und wann das der Umbenannungsmoment dann schlussendlich stattfinden wird. Weiter geht's mit Apple Maps. Wir haben schon ein paar Geschichten erzählen können, wie zum Beispiel in Deutschland vor kurzem, wo es da eben die neuen Karten gegeben hat. Neu mit dabei ist Frankreich, ist Neuseeland und Monaco. Die drei Länder haben jetzt Funktionen wie Lookaround, Flyover etc. Die 3D-Abbildung von Häusern, Sehenswürdigkeiten etc. Wer da gerne mal ein bisschen rumsurfen möchte, vielleicht bald in eines der Länder in die Ferien geht, der kann schon im Voraus ein bisschen da sich eingrufen auf die Ferien. Wer nicht in die Ferien geht, kann sich natürlich auch sonst eingrufen auf die einzelnen Länder. Und weiter geht's mit Apple Maps Schweiz. Da gibt es jetzt nochmals ein paar Sondertouren, die Apple vornehmen wird. Das heisst, im Juli und im August und teilweise noch bis zum 8. September ist Apple nochmals in der Schweiz unterwegs. Sie holen da noch ein paar zusätzliche Karteninformationen ab. Und so wie es ausschaut, relativ detaillierte. Wir wissen ja, dass wir auf Ende des Jahres circa neue Karten auch hier in der Schweiz bekommen werden. Und somit denke ich, dass hier das Ganze wahrscheinlich noch finalisiert wird. Wer sich die genauen, in Anführungszeichen, Tourdaten anschauen möchte, Sie sind unterwegs in Fribourg, Bern, Solothurnen, Dessin, Wattga, Wallis, Genf, Appenzell, Lausroden, Luzern, Niedwalden, Schaffhausen, Schweiz, Thurgau, Aargau, St. Gallen, Zug und Zürich. Zum Beispiel bei mir ist es vom 18. Juli, also in einer Woche bis zum 8. August, ist Apple hier in Solothurnen und Bern unterwegs. Da muss ich mich ein bisschen mehr draussen bewegen. Wer weiss, vielleicht fährt das Auto ja mal durch und dann könnte ich mich verewigen lassen. Nee, Quatsch, man weiss ja nicht, ob sie Bilder machen oder nur Messungen. Aber ja, wer schauen möchte und ganz wichtig, wer, wem ein solches Gerät, Gerät, genau, Fahrzeug begegnet, bitte lasst es uns doch wissen, schickt uns ein Foto davon. Ich würde mich darüber freuen. Auf Twitter sind wir und auch überall sonst ein bisschen. Einfach mal in den Shownotes auf tele.giktok.ch nachschauen, da findet ihr die passenden Links dazu. Ich habe ja schon Gardinenmotoren. Die funktionieren aber mit meinen Gardinen hier im Büro nicht. Und deshalb freue ich mich sehr stark, leider noch nicht in der Schweiz, aber in Deutschland zumindest gestartet. Die Acara Homekit Gardinenmotoren sind jetzt da. Was ist oder was kann man damit? Ja, man kann den Gardinenmotor auf Zuruf, also die Gardine, wie heisst es auf Deutsch, der Vorhang automatisiert verschieben lassen mit dem Knopfdruck unter iOS im Homekit drin oder natürlich über den Sprachassistenten von Apple. Das Ganze funktioniert auch mit Amazons Alexa und mit einem Google Assistant. Damit könnt ihr das Ganze auch steuern. Es gibt eine Schienenversion und eine Stangenversion und wie gesagt, ich muss davon mindestens zwei haben. Ne, noch mehr. Denn zum Podcasten ist das sehr bequem. Jetzt stört mich zum Beispiel das offene Fenster und ich könnte das jetzt auf Zuruf schliessen. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Wer sich gerne mal ein paar Zahlen zu der Gigafactory in der Grünheide, also in Berlin, Brandenburg anschauen möchte, die Tesla-Fabrik, der kann das. Auch das, wie vorhin gesagt, im Podcatcher eurer Wahl oder auf daily.geektalk.ch im Browser. Denn da gibt es jetzt aktuelle Zahlen. Die Fabrik geht aktuell kurz zu. Man macht Betriebspause, aber aus einem einfachen Grund. Man rüstet nämlich auf, dass man nachher deutlich mehr Fahrzeuge raushauen kann. Das heisst, es braucht auch neue Mitarbeiter, die aktuell etwa um die 650, glaube ich, werden gesucht. Oder? Ne, 650 sind da schon. Ne, 5000, wie gesagt, geht selber lesen. Es sind ein paar schöne Zahlen da drin, auch zu den Lohneinheiten, die Tesla bezahlt. Und da gehen sie auch hoch. Um 5,7 Prozent soll der Lohn nach oben gehen, nach der Öffnung wieder im August. Das liegt daran, dass Tesla eher ein bisschen wenig zahlt. Dann gibt es wieder mal Streit vor Gericht. Und in diesem Mal ist Oppo und OnePlus da drin verwickelt. Der Kläger ist Nokia, die vor kurzem selber ihre Smartphones aus dem Regal nehmen mussten, wegen so einer Klage. Es ist also weiterhin mühsam und hässlich mit diesen blöden Patentklagen. Um was geht es genau? Um Nütz, also um Basic, ganz einfach gesagt, um Basic-Patente, die eigentlich jedes Gerät, was die Technologie hat, drin haben muss, weil sonst können sie nicht funktionieren. Und die unterstehen dem sogenannten Frand. Ich weiss den Ausdruck nicht mehr. Es ist relativ einfach. Eigentlich müsste Hersteller X, Hersteller Y Geld zahlen. Die tun das manchmal nicht, weil die einen mehr fordern, als die anderen geben möchten. Und dann geht es halt meistens in die Richtung, dass Klagen kommen und dann ziemlich schnell auch die Verkaufsstopp. Und aktuell ist es so, dass Nokia nächstens Einsorgen ausrufen könnte. Es kann also sein, dass bei euch in Deutschland bald OnePlus und Oppo-Geräte, die 5G beherrschen, und das sehen die ja alle, aus dem Sortiment fliegen werden. Für kurze Zeit, eine längere Zeit, wie auch immer. Wir werden es sehen. Weiter geht es mit noch mehr Streit. Auch Apple ist darin verwickelt. Und Ericsson. Ericsson hat 5G-Patente. Und deren nicht wenig. Die Frant, auch hier wieder, die faire Lizenzierung, geht in die Milliarden, wenn man es genau nimmt. Und Ericsson hat in verschiedenen Ländern dieser Welt Klage eingereicht und hat, nachdem sie in den USA gegen Apple verloren haben, jetzt in Kolumbien gewonnen, zumindest im ersten Schritt, und könnte einen Verkaufsstopp ausrufen. Das haben sie auch getan für alle iPhones und iPads, die 5G beherrschen. Das Hässliche an der ganzen Geschichte ist nur, wieso, liebes Ericsson, denn in Kolumbien gibt es noch gar keine 5G-Antennen, womit dann auch die Geräte auch nichts tun hätten können. Aber ja, man hat ein Land gewählt, wo man anscheinend einfach hat gewinnen können. In der ersten Runde zumindest. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Apple hält dagegen, weil sie meinten, dass sie bei der Aufsetzung des Betrages nicht mit dabei waren. Sony Ericsson hat einfach gesagt, 5 Dollar pro Gerät und Jahr. Und das wäre natürlich eine Milliardensumme, die da dann auf Apple zukommen würde. Und die lassen sich das Geld nicht einfach so wegnehmen. Würden wir wahrscheinlich auch nicht, wären wir der erfolgreichste Konzern dieser Welt. Dann gibt es Neuigkeiten für all diejenigen unter euch, die an verschiedenen Plätzen ihre E-Books zusammen kaufen. Dann ist nämlich das Verwalten dieser E-Books nicht ganz das Einfachste. Und hierfür gibt es eine Lösung. Die kommt aus der Open-Source-Welt und nennt sich Calibre. Calibre gab es vor ein halb Jahren in einer neuen Version. Und schups, ein halb Jahre später, sprich heute, ab sofort, gibt es die Version 6.0. Was ist an der Version vor allem neu? Die native Unterstützung für den Apple Silicon. Einen Nachteil gibt es dabei aber auch. Denn 32-Bit-CPUs, also ältere Rechner, können damit nicht mehr umgehen. Die können also nicht updaten auf die neueste Version. Ansonsten gibt es nicht allzu viel grosses Neueres für so einen grossen Sprung. Also relativ, in Anführungs-Schlusszeichen, wenig. Aber das Gute daran ist, man muss mit einem älteren Rechner somit dann auch nicht hochgehen auf die neueste Version. Zu guter Letzt habe ich euch noch, ich habe es zweimal schon erwähnt, Apple Maps, also die Apple-Karten-App hier im Podcast. Ein Artikel, den ich euch gerne verlinke, den ich gestern veröffentlicht habe. Acht Punkte, die für Apples Kartenmaterial sprechen. Da habe ich darüber geschrieben, weshalb mir die App so gut gefällt und ich sie gerne nutze. Wer mag, also gerne auch da mal reinklicken, reinlesen und kommentieren, wenn ihr dann möchtet. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten für den heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Geniesst diese warmen Tage und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.